Und damit wieder herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Garnetv, alles über Aquaristik. Mein Name ist Lukas Müller und heute erzähle ich mal so ein bisschen was über meinen Lieblingsfisch, nämlich den Erbsenkugelfisch und warum genau der derzeit mein absoluter Liebling ist. Ja, kennt ihr den Erbsenkugelfisch oder kennt ihr insgesamt mal Kugelfische? Ich finde die ja immer wieder interessant. Also wirklich, das sind interessante Geschöpfe und man kennt natürlich, wenn man Kugelfisch hört oder jemand sagt, ich habe einen Kugelfisch, ah, ist der nicht giftig? Weil viele kennen aus dem Fernsehen eine Mahlzeit, ein sehr giftiger Kugelfisch. Ich bin ja jedes Jahr in Ägypten und gehe da schnorcheln und da gibt es die riesengroßen Igelfische oder auch Kugelfische. Das ist wirklich der Wahnsinn, in welcher Größe die da sind und was für riesen Augen die haben und dich so anschauen. Die können ja ihre eigenen Augen immer so bewegen und bei so großen Kugelfischen oder auch Igelfischen ist es echt der Wahnsinn, wenn man denen so, was weiß ich, wenn die so 30 Zentimeter weit weg sind. Erstens, wie groß die sind. Also ich weiß gar nicht mehr im letzten Urlaub, im letzten Jahr waren bestimmt 60 Zentimeter groß Pärchen. Die haben auch richtig böse geguckt, mich immer an und ich glaube, ich war denen auch ein bisschen zu nah, das mochten die nicht so. Aber ich bin sowieso so ein bisschen, ja, so ein kleiner Übertreiber. Also es ist eigentlich nicht gesund, was ich da tue. Es ist nämlich so, man kann ja natürlich in Ägypten Schnorchelturen buchen, man kann dort Tauchkurse buchen, dass man mit dem Boot rausfährt. Ich mache das aber immer ganz gerne so. Ich habe ja schon Geld für meinen Urlaub bezahlt und ich bin einfach jemand, der eigentlich immer so auch auf die Krebstierchen achtet, auf Kleines und deswegen immer vom Ufer aus anfange, loszuschnorcheln. Da kann man zum Beispiel ganz gut immer im Roten Meer sehen, den Knallkrebs mit einer Symbiose Grundel, also mit einer Grundel zusammen. Das sehen die meisten Menschen ja gar nicht, weil die immer direkt zum Riff gehen und gar nicht so, dass kleine oder die kleinen Tiere, kleine Krabben, kleine Einsiedler, die die ganze Zeit unten am Untergrund im Sand rumlaufen, im Flachen, das bemerken immer ganz viele gar nicht. Die laufen da drüber und wollen halt zu den bunten Korallen. Ich finde das besonders spannend und deswegen gehe ich immer vom Land aus rein. Auch entdecke ich manchmal Anemonen und mit kleinen Anemonfischen zum Beispiel. Gar nicht im Korallenriff, sondern ganz woanders, wo die meisten Menschen das gar nicht sehen. Was ich immer sehr, sehr schade finde, weil viele trampeln da halt einfach nur lang, zerstören auch vieles, statt einfach auch mal die kleinen Tiere zu genießen. Und worauf ich jetzt nochmal hinaus wollte, ich bin so ein kleiner Übertreiber, weil ich gehe dann schnorcheln und gehe nicht nur eine Stunde schnorcheln oder ich bin dann halt wirklich zwei bis vier, ich glaube das längste war glaube ich mal sechs Stunden, ne nicht sechs Stunden, drei oder vier Stunden. Da bin ich eine Schildkröte, die ganze Bucht hinterher geschwommen oder mit ihr geschwommen. Auf jeden Fall ist es dann immer so, ich gehe schnorcheln und es ist so tief dort, wo ich bin, dass ich den Bodengrund nicht mehr sehen kann. Da ist nur schwarz und wenn ich ins Meer rausgucke, ist auch nur schwarz. Und was mich da immer fasziniert ist, was da immer für Tiere auftauchen, in welcher Größe Tiere da auftauchen, wie zum Beispiel so Mantarochen. Aber genauso schnell sind die wieder weg. Und man hat natürlich manchmal auch einen kleinen Schrecken. Man erschreckt sich einfach, weil er von irgendwo einfach ein großes Tier langhuscht, wie zum Beispiel so eine riesen Moräne. Die sind einfach sowas so riesig und hat auch alles schnell sich bewegt. Und man wird so wie so ein kleiner Riffbarsch, so ein bisschen schreckhaft und will eigentlich ins Riff schwimmen, um da Schutz zu suchen. Weil diese Tiere, das ist ja einfach mal enorm, wie weit größer, und ich bin nicht klein, ich bin 1,95, 1,93, irgendwie in dem Maß so. Oder 1,90, gerade weiß ich das gerade gar nicht selber. Irgendwie so zwischen 1,90 und 1,95. Wie groß solche Tiere im Gegensatz zu einem anderen sind. Und warum sage ich übertreiben? Ja, ich bin da so weit draußen und treffe dort immer Taucher. So, Taucher, die, da sind immer der größte Schreckhafte. Da denke ich mir, hä, was ist denn das? Ja, genauso groß wie ich. Und dann sind es am Ende Taucher, die dafür Geld bezahlt haben, da rauszufahren und ich bin da mit meiner Schnorchelmaske und schnorchel da ganz normal, gemütlich lang. Natürlich ist Tauchen und Schnorcheln was ganz anderes. Aber meistens sehe ich sogar mehr als die, weil die schwimmen da nur kurz vorbei, machen da ein Foto. Und ich suche mir meistens so ein Tier raus, eine Riesenmoräne zum Beispiel, finde ich besonders interessant. Die wechseln natürlich auch ihren Standpunkt, wenn man die ganze Zeit über ihr schwimmt und sie ein bisschen nervt. Natürlich belästige ich die nicht, aber die fühlt sich dann doch irgendwann gestört, merkt man, und dann geht sie doch aus der Höhle raus und dann sieht man mal, wie riesig das Tier ist. Oder halt auch, wenn man eine Schildkröte trifft. Das war das erste Mal, als ich eine Schildkröte getroffen habe, bin ich da einfach drei Stunden. Die ganze Bucht, das war ein Kilometer lang, mitgeschwommen. Also da wurde sogar richtig Sorgen um mich gemacht. Sollte man natürlich auf jeden Fall nicht nachmachen. Auf jeden Fall gibt es dann da auch riesen Kugelfische. Und ich bin ein riesen Fan davon. Also natürlich, die gibt es im Süßwasserbereich auch. Da gibt es den Erbsenkugelfisch, da gibt es den grünen Kugelfischen. Also die gibt es auch in verschiedenen Größen. Und man muss dementsprechend natürlich auch ein großes Aquarium für die bereitsteigen können und dementsprechend auch Futter. Denn es sind Schneckenfresser und benötigen unbedingt Schnecken. Beim Erbsenkugelfisch, der benötigt nicht die ganze Zeit Schnecken. Der benötigt sie nur ab und zu. Und als ich diesen Erbsenkugelfisch im Zufferrande gesehen habe, und ich hatte da ein Aquarium frei gesagt, ey, den brauche ich. Der hat genau solche Glubschaugen wie die großen im Meerwasserbereich. Und guckt dich halt genau an und checkt dich von oben bis unten aus. Und wer mir auf Instagram folgt, der sieht, wie ich mich in dieses Tier theoretisch verliebt habe. Ich mache super gerne von den Fotos. Richtig schöne Nah-Makro-Aufnahmen. Und es sieht so lustig, drollig aus. Ich habe den hier sogar dreimal auf einer Leinwand bei mir hier zu Hause stehen. Und ja, was ist eigentlich so interessant an ihm? Weil ich finde, einerseits finde ich einfach die, ja, wie der so ist, der Erbsenkugelfisch. Erstens, die kommen einfach direkt an, wenn man beim Quamen steht. Und die gucken halt mit ihren Augen. Die können ihr einzelnes Auge ja mal so hoch runter bis zur Seite bewegen und gucken nicht genau und checken dich eigentlich so von oben bis unten ab. Und da warten eigentlich von dir so, jetzt gibt mir mal wieder was zu fressen. Das Gleiche finde ich das Jagdverhalten von denen, wenn sie so Schnecken jagen, wenn sie sich so leise anschleichen und dann mit ihrer Flosse, die ist ja so schnell, die kann man ja gar nicht sehen, hinterher flattert. Und dann diese Schnecke fokussiert mit ihren Augen, mit ihren beiden Augen und dann blitzschnell zuschlägt, um halt diese Schnecke auszusaugen, also die Weichteile. Finde ich das schon richtig, richtig erstaunlich. Das ist einfach ein Fisch, glaube ich, der sehr, sehr beliebt ist und auch noch sehr beliebt werden wird. Und dementsprechend möchte man den eigentlich überall einsetzen. Aber der Erbsenkugelfisch hat natürlich auch eine kleine Karistik. Also das heißt, der ist so ein bisschen eigen. Fischen, die sind nicht gerade freundlich zu anderen Fischen. Sie sind manchmal auch nicht freundlich zueinander, sondern jagen sich auch und fressen zum Beispiel auch gerne Flossen von langsamen Fischen an. Also eine Haltung ist nicht was für Anfänger, würde ich mal behaupten. Es ist schon was für so einen kleinen Profi. Wer jetzt auch unseren Film über den Erbsenkugelfisch gesehen hat, könnt ihr gerne auf www.youtube.com.com. GarneetTV ist hier auch nochmal in der Videobeschreibung beziehungsweise in der Podcastbeschreibung verlinkt. Gerne nochmal anschauen, wie der Ganze aussieht, welche Verhalten er hat und wie man den am besten hält. Habe ich dort alles nochmal erklärt. Aber hier auch nochmal ein paar Infos einfach mal über den Erbsenkugelfisch. Also ihr solltet auf jeden Fall nicht unter 60 Liter halten beziehungsweise 54 Liter. Dann eine Gruppe von drei Tieren. Das ist ganz gut in 60 Liter. Möchtet ihr mehr halten? Gerne ein größeres Aquarium. Und was ganz wichtig ist, der ist ein bisschen eigen, was Futter angeht. Der frisst zwar auch Frostfutter, Mückenlarven, aber das sollte keine dauerhafte Lösung sein. Er braucht halt ab und zu auch wirklich mal was er in der Natur findet, nämlich Blasenschnecken frisst er super, super gerne. Das Schöne ist, Blasenschnecken kann man als Futterschnecken im Zofahhandel kaufen. Das mache ich tatsächlich auch. Ich habe jetzt keine eigene Schneckenzucht, weil der Erbsenkugelfisch nicht zwingend die ganze Zeit Schnecken benötigt. Es ist einfach so, wenn man den mal so ein bisschen beobachtet, ist es so, dass er nicht die Schnecken zerquetscht oder in seinem Mund zerknackt, sondern er saugt tatsächlich nur die Weichteile raus. Deswegen bin ich der Meinung, er braucht gar keine, weil er das nicht tut. Andererseits sage ich immer so, man sollte es natürlich so naturnah die Fische versorgen, wie es nur geht. Und bei anderen Kugelfischen im Süßwasserbereich ist es zum Beispiel so, die knacken wirklich die ganzen Schnecken auf. Das benötigen die auch, um ihre Zähne abzuschärfen beziehungsweise auch abzuknappern, weil manchmal werden die so groß, dass die keine Nahrung mehr aufnehmen. Ich habe tatsächlich so ein Experiment gemacht bei mir. Ich habe ganze sechs Monate keine Schnecken gefüttert, sondern nur Mückenlarven oder halt auch anderes und habe damit überhaupt keine Probleme bei einem Kugelfisch gehabt. Den gibt es heute oder gibt es immer noch heute gut. Und dementsprechend bin ich der Meinung, das benötigt man nicht. Andere berichten aber, die haben keine Nahrung mehr aufgenommen. Ich vermute tatsächlich aber so, dass das daran liegt, dass einfach die Tiere alt sind oder irgendeine Krankheit haben oder ihren Haltungsbedingungen nicht gerecht geworden ist und dementsprechend deswegen die Tiere gestorben sind und es darauf geschoben worden ist. Die haben, sind verhungert, weil ihre Zähne länger geworden sind. Aber so genau ist es wissenschaftlich noch gar nicht belegt. Es ist noch nicht so richtig erforscht und überall, wo man jetzt im Internet schaut, ist es so, dass man immer nur diese Informationen sieht, die benötigen Schnecken. Und auch im Zufahandel bekommt man die Info, die brauchen dauerhaft Schnecken. Deswegen lass dich davon nicht abschrecken, aber schau dir die einfach mal an. Es ist ein wundervoller Fisch. Man kann ihn jetzt mit schnell flitzenden Fischen wie zum Beispiel Orgitta-Hahnisch-Welden vergesellschaften. Mit Garnelen muss man so ein bisschen gucken. Natürlich, der frisst gerne kleine Garnelen. Das wird er auf jeden Fall tun. Alles, was ins Maul passt, wird er fressen und er wird auch ein bisschen auf die größeren Tiere jagen gehen. Aber es kommt immer noch auf den Charakter des Fisches an. Und ja, gönnt euch einfach mal diesen Fisch. Ich freue mich natürlich, dass ihr mir heute wieder zugehört habt. Heute nur ein bisschen Einblicke, warum der so mein Lieblingsfisch ist. Ein bisschen Einblick in mein Urlaubsleben. Da lebe ich halt die Aquaristik auch völlig aus. Das ist mir besonders wichtig im Urlaub. Strand, Wasser und Meerestiere. Einfach richtig, richtig schön. Kann ich jedem nur empfehlen. Natürlich nur, wenn auch die Corona-Phase hier vorbei ist. Ich freue mich natürlich, wenn ihr nächsten Dienstag wieder einschaltet. Schaltet auch morgen auf meinem YouTube-Kanal wieder ein. Da gibt es wieder ein neues Video. Und ich verabschiede mich mit Schaust du Garnier-TV beziehungsweise Hörst du Garnier-TV? Wirst auch du Garnier-Schlau? Mein Name ist Lukas Müller. Tschüss, bis dann. Euer Lukas und bleibt alle bitte gesund. Untertitelung des ZDF für funk, 2017